Wie reagiert man auf sowas? Ist das Ballyou vom Kampf oder steckt da ein bisschen mehr dahinter? Ja, also erstmal muss ich sagen, er hat auf jeden Fall gutes Selbstbewusstsein. Ja, was interessant ist auf jeden Fall oder was interessant wird dann am Samstag. Werden wir immer testen, ob er zu Recht so selbstbewusst ist. Ja, und an sich ist es mir relativ egal, was er im Vorfeld erzählt oder nicht. Also ich bin nicht so ein Ami-Fan, die im Vorfeld dann da so rumposauen. Ich weiß nicht, ob er ein, zwei Rocky-Filme zu viel geguckt hat und er denkt, es gehört vielleicht dazu. Also mir persönlich ist es egal. Ich mache mein Ding, ich konzentriere mich auf mich. Ja, und werde am Samstagabend dann dazwischen haben.